Gar mancher findet's sonderbar, wie man in Sachsen spricht. Das D für T, das B für P, gefällt den meisten nicht. Na lasst uns doch den Spaß bei euch zu Hause sprecht er. Berliner, Bayern, Schwaben, das Deutsch vielleicht noch schlechter. Die sächsische Gemütlichkeit kennt jedermann im Reich. Der Sachse schimpft nicht leicht auf los und bleibt sich egal gleich. Doch wenn ihr reizt und denkt, dass nie die Wut ihn prickelt, da seid ihr aber schief, bäh, dein Schiefgewickelt. Den Kaffee, ach, das alte Lied, liebt man in Sachsen sehr. Doch dass man dort die Wasser braut, das stimmt nun schon nicht mehr. Ich trank in fremdem Land und kann mich gut erinnern. Gar manchen Kaffee auch und ach, meistens sehr viel dinner. Die schönsten Mädchen auf der Welt, hübsch, freundlich, akkurat, findet man bei uns im Sachsenland. Das ist so wahrer Staat. Das Sprichwort hat ganz recht. Es stimmt schon, dass in Sachsen die schönsten Mädels so alles wie auf Bäumen wachsen. In Sachsen aus dem Erzgebirge, von Leipzig, von Dresden und Orden. Es ist überall dasselbe Lied, verkauft man nicht für dumm. Er ist auf seinem Platz an x-beliebler Stelle und findet sich stets zu Recht, denn Sachsen ist in Helle. Kennst du den? Nee. Den kennst du nicht? Nee. Seid ihr so ein kleiner, dicker? Nee. Natürlich kennst du den. Nee. Der hat sich doch jetzt erst in eine Kneipe gegangen. Na guck dir mal an. Den kennst du nicht? Na warte mal, siehst du mir bald, wieso? Wohntet der nicht früher in der Kohlgartenstraße? Den meh nicht. Das ist so ein kleiner, dicker. Das ist er. Ja. Na was ist denn mit dem? Na hey, der kriegt vielleicht immer Grenzen. Warum denn? Ist denn der tot? Ach no. Du Rindfi, der ist doch nicht tot. Na warum kriegt denn der nachher Grenzen? Na wie ist es denn nicht? Der ist doch im Schützenverein, im Turnenverein, in der Gunggurtstraße, in der Freiwillchen Feierwehr. Und jetzt ist der auch noch im Gastwärtsverein. Na was ist denn nicht so hart? Na aber der kriegt vielleicht mal Grenzen. Ach du meinst wohl, wenn er stirbt. Na wenn denn sonst? Na da kann der aber lachen. Applaus In Leibsche von Alten Dresdner Bahnhof. Der Zug ist gerade in Abgehen begriffen, das letzte Leitezeichen ist schon gegeben. Da stürzt der Mann mit dem großen Paket durch die Paronsperre, lässt sich sein Billett abknipsen, sprengt den den Zug und schon fährt er weg. Er setzt sich in ein Coupé dritter Klasse. Mit dem Coupé sitzt noch ein Einzelner Herr. Und zwischen beiden entspinnt sich folgendes Gespräch. Beinahe hätten Sie ihn nicht erwischt. Ja. Wenn Sie einen Augenblick später kamen, da war der weg. Ja. Aber ich freue mich, dass Sie ihn doch noch erwischt haben. Entschuldigen Sie, mein Herr, ich hätte zu gerne gewusst. Wo fahren Sie hin? Ich fahre nach Dresden. Du hören Sie, hören Sie, wie der Zufall spielt, ich fahre auch nach Dresden. So. Tja, entschuldigen Sie, jetzt rege ich mich direkt auf, aber was haben Sie da in dem großen Paket? In dem Paket, da habe ich einen Mungo. Einen Mungo. Das sehen Sie, einen Mungo. Sagen Sie mal, Mungo, was ist denn das, ein Mungo? Das ist ein Affe. So war es, ein Affe. Sagen Sie mal, was frisst denn der Affe? Der frisst Schlangen. Sagen Sie mal, Sie haben doch vielleicht keine Schlangen bei sich. Nee, aber ich habe einen Schwager und der dreimt jede Nacht von Schlangen und die frisst der Mungo. So, hören Sie doch mal auf, mein Guter. Das sind aber doch gar keine richtige Schlangen. Nun, das ist ja auch kein richtiger Mungo. Auf der Dresdner Vogelwiese lebt sich's wie im Paradies. Es ist ne wahre Götterlust. Arm und reich, kurz, alle Leute laufen aus, wie nicht gescheite, da fragt keiner, was das kostet. Essen kann man da und trinken, in ne Wonne mehr versinken, das besonders den umgibt. Der in eines Zeltes tiefe 15 Täppchen schlug, sessive BAB gemütlich zippt. Sense, das ist ein Plazir, da geht jeder immer nein. Ich all freilich mach mir sowas nicht, muss im Vogelwiese sein. Saure Gurken, wehliche Eier, kleine Fische stecken, dreier Pfefferkuchen, Marzipan. Und die altbekannten, guten sogenannten Bratwurstbuden locken's Volk in Stremen an. Kirschen, Rätsche, Stachelbeeren, wenn sie noch so sauer wären, hier schmeckt alles, was man kauft. Schließlich lecke, lecke, lecke steht nach Hochreis. Und die schmecke, wenn's auch auseinanderloft. Sense, das ist Appetit, alles wercht man in sich nein. Ich all freilich mach mir sowas nicht, es muss im Vogelwiese sein. Chancen, netten Akrobaten, Riesendamen, die sich laden, zehn, zwölf Centen auf der Brust. Kautschuk, Valenz, Gymnastika und ne Originalkomiker, das zu sehen ist in der Lust. Immerall, da fehlt's an Plätzen, hinten scheinen die Leute selbst, ein Hirn kann vernischt noch sehen. Aber fällt der Vorhang, endlich jubeln alle selbstverständlich. Ach ja, Jesus, das war schön. Sense, so auf den Kalt ist doch eine wahre Bein. Ich erlob' mir hoffentlich hin, es muss im Vogelwiese sein. Russche schaukeln, Karusselle, Rutschpartien mit Blitzesschnelle, ne, gibt's da eine Quiekerei. Oder beide Buchen schützen, wo die Bolzen aufwärts flitzen, an dem Vogel oben vorbei. Da zu stehen und auf zu passen, sich zerquetschen, weil sie lassen von der Menschheit dringst umher. Eins, die Biesen in der Hitze des Gefechts, die Zehenspitze. Herz, mein Herz, was willst du mehr? Ernst, er haut mir plötzlich ins Krach die Feieresse ein. Ich all frei, ich tun sie sowas nicht, es muss im Vogelwiese sein. Und nur erst die Tanzlokale, wo die Holzauktionen mal ich, junge Herzen froh vereint. Wo die Tourkostzwanzfänge und der Saal bei dem Gedränge wie ein Nudeltopp erscheint. Wo der Ehemann voll sind und seine Trauring lässt verschwinden in der Westentasche froh. Und beim Ton der Klarinette huppt umher auf den Parkett, wie er will, der Wort noch los. Sehn, 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 hübsch ist das ja nicht, doch wir wollen's mal verzeih'n. Ich all huckt drauf, nicht so, es muss im Vogelwiese sein. Nach acht so verhauenen Tagen, na sie müssen's selber sagen, sind die Kräfte ganz erschöpft. Sind die Stiefel ganz zerledert, Arm und Beine wie gerädert und die Pinke abgeschröpft. Kette dreht man bloß zum Scheine, denn die Uhr hängt auf der Leine bis auf weiteres hingeschleppt. Schulden hat man kolossale außerdem den prinzipalen Mädchenvorschuss abgeknäppt. Sehn, sehn, hoch, noch weg und her ist das alles kein Gewinn. Aber dester Wegen rennt man doch zur Vogelwiese hin. Die meisten Menschen sind abergläubisch, wir Sachsen sind auch. Und der Freitag gilt bei uns als Unglückstar. Der Freitag, der ist nicht beliebt, das ist doch weltbekannt. Weil es noch Aberglauben gibt, hört man in Stadt und Land. Freitag's nie, Freitag's nie, denn der Freitag bringt kein Glück. Freitag's nie, Freitag's nie, da halt ich mich zurück. Herr Meier trinkt drei Liter Wein und seine Frau macht krach. Wann wirst du endlich nüchtern sein? Da sagt Herr Meier, Freitag's nie, Freitag's nie, denn der Freitag bringt kein Glück. Freitag's nie, Freitag's nie, da halt ich mich zurück. Ein Auto saust den Bärchen ab, die Bremse ist entzweiht. Der Fahrer schreit, springt alle ab, da ruft Herr Dingel ein. Freitag's nie, Freitag's nie, Freitag's nie, denn der Freitag bringt kein Glück. Freitag's nie, Freitag's nie, da halt ich mich zurück. Der Lohengrin im oberen Haus will grad um Elsa freien. Die Elsa zieht die Stirne graus und singt voll Seelenpein. Freitag's nie, Freitag's nie, denn der Freitag bringt kein Glück. Freitag's nie, Freitag's nie, da halt ich mich zurück. Freitag's nie, Freitag's nie, denn der Freitag bringt kein Glück. Freitag's nie, Freitag's nie, da halt ich mich zurück. Freitag's nie, Freitag's nie, da halt ich mich zurück. der Situation. Vielleicht verstehen Sie mich. Da liegt man als Baby im Steckgissen rum und über sich Onkeln und Tanten. Na wo ist denn die Kleine? Na wo liegt's denn drin? So dämlich waren meine Verwandten. Manchmal sang Papa mir ein Wieschenlied vor. Schlaf brummt der Schlaf, Kindchen, Schlaf. Er als Schauspieler machte mir weiß. Dein Vater hietet die Schafen. Da musst du lachen. Ganz einfach lachen. Das lacht von selbst in mir das Kitzel zu da drinnen. Sogar als Baby was soll's denn machen? Ich kann doch nicht davor, dass ich so albert bin. Ich war damals 16. Unschrecklich verliebt. Na Gott, wir waren ja alle mal jung. Und Robert war auch nicht viel älter als ich. Doch schüchtern und ganz ohne Schwung. Der stotterte zaghaft und wurde rot. Kaum war er mich anzuschauen. Ich will der Drei sein. Bisschen tot. Darf ich ein Nest uns bauen? Da muss ich lachen. Ganz einfach lachen. Das lacht von selbst in mir das Kitzel zu da drinnen. Fortwarte, Liebe, was soll ich denn machen? Ich kann doch nicht davor, dass ich so albern bin. Den Eltern lach ich täglich im Ohr. Mich zog's zur Ernstenmuse. In Leipzig, da sprach ich das Kretchen vor. Ich fühlte mich schon wie die Duse. Komm, komm, schon weich die tiefe Nacht, fleht Faust. Ich rief bedrängt. Meine Mutter hab ich umgebracht. Mein Kind hab ich ertränkt. Dann muss ich lachen. Ganz einfach lachen. Das lacht von selbst in mir das Kitzel zu da drinnen. Mein Name ist komisch. Was soll ich denn machen? Ich kann doch nicht davor, dass ich so albern bin. So nahm's Leben seinen Lauf. Mein Sohn hat schon eine Braut. In Deutsch rief er mich neilig an und hat mich anvertraut. Mama, wie ist denn das mit den Frauen? Was hab ich denn falsch gemacht? Ich wollte gern ein Nest ihr bauen. Die hat mich ausgelacht. Ich muss lachen. Ganz einfach. Das lacht von selbst in mir das Kitzel zu da drinnen. Sogar beim Jungen. Ich kenn mal eine Claim. Was soll ich denn machen? Ich kann doch nicht davor, dass ich so albern bin. So albern war ich und bin's noch. Na vermutlich wird's weiter so gehen. Doch eines Tages, da hoff ich doch, wär ich vor Peters stehen. Das Hemdchen kurz, die Fliegel groß. So fliege ich zum Himmel hinein. Nun fragen Sie mich, wie finden Sie mich? Als Engel mit einem Heilchen-Schein. Ich bin der Zigarrenhändler Süßmilch und Kräbse in meinen Laden rum. Was? Guten Morgen, Herr Schiemchen. Was steht denn zu Diensten? Morgen, Herr Herr Süßmilch. Morgen, ich hätte gerne eine Zigarre. Haben Sie noch die Kleine ab 15? Einen Stumpen. Nee, 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 also keinen Stumpen. Nee, es kann doch sein, dass Sie 20, kostet doch noch 30. Gott, dann möchte ich Ihnen die hier zu 40 operieren. Nee, also, nee, nee, die war's nicht. Die war's nicht. Ich hatte da so eine bestimmte Marke im Sinne. Wissen Sie, ein spitzes Format und sehr handlich, mehr wie eine Corona. Nee, nee, die war's auf gar keinen Fall. Mehr länglich, aber rund. Das ist ja aber so ähnlich. Das ist ja ähnlich. Nee, nee, die war's schon gar nicht. Die war's schon gar nicht. Die Kiste kenn ich. Ja, ja. Nee, also, auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Nee, nicht so hellbraun. Die war mehr ins Dunkle übergehen. Nee, 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 auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Jetzt hol ich ihm schon den 90-Gesterber. Nee, auch nicht. Also, Bauchbinde hatte sie nicht. Keine Brasilien. Nee, nee, wenigstens keine ausgesprochene Brasilien. Es war mehr so ein Zwischending zwischen hellen und dunklen. Nee, 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 auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Haben Sie denn keine Ahnung, was drangestanden hat? Natürlich. Was war, wie war's denn eigentlich? Florfina hat drangestanden. Und eine Krone hat sie gehabt. Und rechts und links, so wie schnullerig dran. Jetzt hol ich Ihnen das 17. Gesterber ein. Jawohl, ja, das ist sie. Die meine ich. Wie heißen die? Estrematura. Es, Estrem, naja. Ja, ja, ja. Siehste, das war sie. Das ist sie. Tja. Also, die will ich unter gar keinen Umständen wiederhaben. Denn die schmeckte nach Rosshaare. Warum heißen ich nicht immer, wir Sachsen sind helle? Tja, weil die Sachsen immer recht haben, nicht? Ach so. Tja, wenn Sie zum Beispiel sagen, Regenwärmer kriechen, dann kann das heißen, Regen werden wir bekommen oder Regenwürmer kriechen, nicht? Also, so oder so, Sie haben immer recht, hm? Na, wenn Sie schon so klug sind, dann können Sie mir vielleicht doch einen Satz bilden mit Dresdner Heide. Dresdner Heide? Dresdner Heide? Nee, was soll denn das geben? Das ist doch ganz einfach. Was Dresdner Heide, da auch und so raus. Ich weiß jetzt, ich weiß jetzt auch eine Frage. Ich weiß auch eine Frage. Was ist denn das Gegenteil von Barterre? Barterre? Das weiß ich nicht. Nur so ganz einfach. Das Gegenteil von Barterre sind ein paar Dücke. Das war aber eine dicke Pflaume. Überhaupt, essen Sie Pflaumen gerne? Pflaumen gerne? Nee. Die spuck ich aus. Ich esse bloß die Pflaumen. Sagen Sie mal, was haben Sie für ein eichenartiges Kind? Neulich habe ich Sie rufen, Herrn Siegurt, Siegurt. Na und? Na und? Jetzt warum sagen Sie denn Sie zu Ihren Kinden? Nun, sagen Sie doch mal was ganz anderes. Wie geht's denn Ihren holden Gatten? Ach, es geht schon wieder. Der trinkt jetzt Heilerde. Aha. Heilerde. Das ist doch was für die Gesundheit, was? Na, freilich. So was wie, äh, wie Lehmbrei. Ach, du liebe Zeit. Da. Ach, du liebe Zeit. Da hat der Kerl also doch schon wieder angefangen zu saufen. Auf der Festung Königstein muss da auch ne Kirsche sein. Die Kirsche ist mit Stroh gedeckt. Da haben die Meise reingehängt. Ach, der Festung Königstein muss da auch ne Orgel sein. Der Orgel spielt kein hohes A. Das ist ne Ziehharmonika. Auch der feste Königstein muss da auch ne Kanter sein. Am Sonntag ist ein Organist. In der Woche fährt er Mist. Auf der Festung Königstein muss da auch ne Lehrer sein. Der Lehrer, der ist dick und fett. Und frissen Kinder's Frühstück weg. Auf der Festung Königstein müssen doch auch Mädchen sein. Hier kein Zeppel, da kein Zeppel. Macht zusammen ne Bubikäppel. Auf der Festung Königstein muss da auch ne Gastwirt sein. Der Gastwirt dieser Blederwisch, der gießt das Bier gleich unter'n Tisch. Auf der Festung Königstein muss da auch ne Schneider sein. Hier ein Flecken, da ein Flecken. Macht zusammen ne Babyrecke. Auf der Festung Königstein muss da auch ne Schuhe sein. Hier ein Flecken, da ein Flecken. Macht zusammen ne Abtrittsdecke. Zwei Sachsen fahren in der Eisenbahn. Und der eine Sachse, der hat so ne ganz moderne sechseckische Brille. Und da guckt dann der andere immer und sagt, ach, Herr Nachbar, entschuldigen Sie vielmals, was haben Sie ihm für ne komische Brille? Sagt er, das sehen Sie doch, das ist ne moderne sechseckische. Also, eine moderne sechseckische. Sagen Sie mal, Herr Nachbar, was sehen Sie denn da durch? Sagt er, im Moment seh ich ein Rindvieh vor mir. Ach so, das ist ne Brille mit Spiegelgläser, ne? Ein Sachse kommt nach Berlin und sagt, bitteschön, Herr Wachmeister, ich möchte gerne ins Hotel zur kleinen Brust. Sagt der Wach, wo holen Sie hin? Ins Hotel zur kleinen Brust. Hä? Das haben wir nicht. Ja, Königshof, Edenhotel, Adlon, Brüssel. Bristl, sehen Sie, da wollte ich hin. In unser Dresdner Staatsoper ging es immer sehr vornehm zu. Und da kam einmal eine alte Dame und die hatte so ein Hörer, so ein altmodisches Hörer in ihrer Tasche, der so offen liegend, und ging in ihrer Loge. Und der Logenschließer, der beobachte ich schon ganz misstrauisch. Guck dir mal in die Tasche. Die sitzt in der Loge und wie der Kapellmeister anfangen will, nimmt die das Hörer. Da geht er hin, kloppt er auf die Schulter und sagt, sieh, wenn sie einmal duten, fliechen sie raus. Ein Leipziger kommt nach Dresden, denkt, das ist verbippt, jetzt bist du nur einmal in Dresden, musst doch mal in die berühmte Staatsoper gehen. Kauft erst einen Parkettplatz für fünf Mark und da geben sie dann Häuser. Da kommt doch im ersten Akt der Bildscher Chor. Sagt er zu seinen Nachbarn, entschuldigen Sie vielmals. Was sind denn das für welche da oben? Ach, sagt er, das ist der Bildscher Chor. Ach, der Bildscher Chor. Dankeschön. Sieh, sagen Sie mal, was machen die eigentlich da oben? Ja, sagt er, die laufen zu Fuß nach Rom. Ach, so, zu Fuß nach Rom, Dankeschön. Sieh, ich muss Ihnen noch einmal belästchen. Warum heißt denn das nun Bildscher Chor? Ja, sagt er, die laufen zu Fuß nach Rom, weil es Bildscher ist wie mit der Eisenbahn. Haben Sie schon mal ein Sachsen-Französisch singen hören? Das klingt schön. Parlez, ma d'amour. Votre beau discours, mon coeur n'est pas là, de l'entendre. Pourviel que du jour, vous répitiez ces mots suprêmes. Je vous sais, das ist erotique. Ist denn Ihre Mieze immer noch bei Nietenfürsch in Stellung? Meine Mieze? Bei Nietenfürsch in Stellung? Wo denkst du hin? Schon lange nicht mehr. Ich dachte... Nee, mein Mann will das nicht. Lieber soll sie zu Hause bleiben. Die paar Groschen, die machen es gerade auch nicht fette. Na, ähm, na, ähm. Das schleift sie sich ja an den Stiefelsohlen ab. Ja. Einen Mark pro Stunde. Na, das lohnt sich doch, weiß Gott nicht. Für einen Mark pro Stunde anderen Leuten Dreck hinterher reimen. Das hat doch unsere Tochter nicht nitsch. Für einen Mark pro Stunde sich abrockern. Und nachher zu Weihnachten so ein kleines Tellerschen mit Pfefferkuchen. Also, wissen Sie, Herr Pfeffertz, wenn es nach mir gingen, da dürfte es überhaupt keine Dienstmädchen geben. Also, nichts bezahlen und Personal ausnutzen bis zum DZ. Bloß, weil Sie sich einbilden, Sie sind was Besseres, wenn Sie sich ein Dienstmädchen leisten können. Also, nee, Herr Pfeffertz, das sage ich Ihnen. Und wenn es nach mir gingen, müsste die Unzitte mit den Dienstmädchen, die müsste reinweg abgeschafft werden. Das dürfte der Staat gar nicht dulden. Das ist unsozial, in höchstem Grade. Das müsste radikal, müsste das verboten werden. Das ist ja finsterst, das Mittelalter ist das ja. Na ja, da haben Sie recht. Na, meine Tochter, das Dienstmädchen, würde andere Leute machen, wo sie mit so feinen Herren geht. Ach nee, seit wann denn? Neuertings. Was ist denn der von Beruf, wenn man fragen darf? Bei der Deutonja, im Büro. Ach. Ach, sieht der ist ganz wild auf unserer Mietze. Da werden Sie wohl bald heiraten. Na, es wird nicht lange dauern. Nächstes Monat oder übernächstes. Haben Sie denn schon die Ausstattung bei sie? Na, so ziemlich, ja. Die Wäsche, das Küchenbuffet, das Porzellan, die Waschmaschine, eine Fernsehtruhe. Na, 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 wie steht's denn mit der Wohnung? Ach, die haben sie auch schon. Sie suchen bloß noch ein Dienstmädchen. Es waren einmal fünf Männer, die fuhren über den großen Teich. Der Schmitz vom Rhein, der Orie aus Berlin, Heim Pedersen von der Wodekant, der Sedlmayr aus München und E. Sachse war natürlich auch dabei. Schmitz aus Nippes reist nach Amerika. Eingehüllt in sein Laberdönchen steht er am Achterdeck und zülpt an der kurzen Pfeife. Da erfolgt eine gewolltige Explosion. Das Schiff bricht mittendurch und sackt weg. Schmitz lächelt. Wenn ich stattgewusst hätte, hätte ich mal keine reine Karre angedohnt. Ui, aus Berlin reist nach Amerika. Nachdem er einen kreiseifeligen Zuhörer erläutert hat, wie es da drüben aussieht, dudelt er nach dem Maschinenraum, wo er sich mit einem Kollegen aus Neubabelsberg verabredet hat. Da erfolgt eine gewaltige Explosion und der ganze Zimt fliegt in die Luft. Hoffentlich hat meine Aujuste kein Heckmeck mit der Versicherung. Heim Petersen reist nach Amerika. Er spaziert des Promenadendecklängs, kaut Brühen, spuckt ab und zu in kurzen Bogen. Da folgt eine gewaltige Explosion. Das Schiff geht unter mit Hühn und Perdün, seufzt Heim. Schade, ne? Gerade heute, wo mir der Stuart Snuten um Poten versprochen hat. Sedlmayr aus München fährt nach Amerika. Er sitzt natürlich im Speisesaal. Da erfolgt eine gewaltige Explosion. Sedlmayr trinkt in Seelenruhe sein Bier aus und brummt, indem sich das Schiff schon bedenklich seitwärts neigt. Wundern tat's mich nicht, weil der Maschinist der Preis war. Naumann aus Urschatz reist nach Amerika. Er steht auf der Kommandobrücke neben dem verzweifelten Kapitän und will alles ganz genau wissen. Da folgt eine gewaltige Explosion. Und das Schiff geht unter. Während ihn die Fluten umspülen, sagt Naumann elegisch, meins welchen. Echentlich wollte ich mich ja verbrennen lassen. Applaus Als die Briefkästen noch blau waren, herrschte in gewissen Ortschaften der Brauch, bei der kirchlichen Brauung verschiedene Glocken zu läuten. Je nach dem Vorleben der Braut. Ein junges Paar saß vom Pfarrer, kommend Sonntag sollten beide vereint werden. Nehmen wir die Große oder die Kleine, sagte der Geistliche. Der Bräutigam schummelte an seiner Krawatte rum. Die Große versicherte die Braut und machte auf Jungfrau. Scharf fasste der Geistliche den Bräutigam ins Auge. Tapfer hielt der junge Mann, den Angriff stand. Natürlich die Große, versicherte er auch. Und dann etwas leiser. Aber wie wär's, wenn man mit der Kleinen ein bisschen dazwischenbimmeln täte? Applaus Sie wohnen doch in der Eisenbahnstraße. Warum? Ach Gottchen, ich frage eben bloß. Ja, wir wohnen in der Eisenbahnstraße. Warum? Wo wohnen Sie da? In der 88. Sie wohnen in der 88? Na, da müssen Sie es doch wissen. Das ist doch die Ecke, wo Brettschneiders wohnen. Warum? Na, das ist doch die Ecke. Ja, warum? Na, hören Sie, der arme Mann, der kann Ihnen aber leid tun. Wieso? Oh, wieso denn leid tun? Na, wissen Sie es denn nicht? Na, was ist denn los bei Brettschneiders? Na, hören Sie, da sind doch die Jalousien runter. Na, und? Na, wissen Sie es denn nicht? Ach, und dann soll er ja auch eine Freundin gehabt haben. Eine Verkäuferin von Eulitz. Und da hat die Brettschneidersche ihre Sachen gepackt und ist fort bei Nacht und Nebel mit den ganz jungen Gerlern. Wer? Der Brettschneider. Na, glauben Sie es denn nicht? Ich sage Ihnen, die ist fort, die hat ihren Mann verlassen bei Nacht und Nebel. Sie hat ihn bloße alten Schlaffrock zu Hause gelassen und die Ligöre serviert. Die Brettschneidern? Die Brettschneidern, wenn ich Sie Ihnen sage, die ist ihr Mann durch die Lappen gegangen. Na, dass Sie nehmen die modernen Einheiten da. Aber keine Spur. Ich habe doch heute Vormittag noch mit dir gesprochen. Die wollte meine Fruchtpresse von mir haben. Die Brettschneidern? Die Brettschneidern. Warum soll denn die ihren Mann durch die Lappen gehen? Die sind doch ein Herz und eine Seele. Na, warum handen die dann die Jalousien unter? Weil sie die Gartinen waschen. Sehen Sie, ich habe mir doch gleich gedacht, dass da was nicht in Ordnung ist. Fitsche, Fitsche, Grine, der Breier-Siedracht-Schiene. Ich wünsche euch ein langes Lehm. Der Herr soll euch sein Sechen geben. Dreimal, dreimal um das Haus. Gebt mir ein Stückchen Kuchen raus. Ist der Kuchen nicht geraten? Gebt mir ein Stückchen Schweinebraten. Ist der Braten auch verbrennt? Gebt mir ein Stückchen Kuchen ran. Ich bin der kleine König. Gebt mir nicht zu wenig. Lasst mich nicht zu lange stehen. Muss ein Halschen weitergehen. Auf der Leipziger Messe, da hat'sch die große Fresse. Da kam der Poliziste, der schrieb mich auf die Liste. Die Liste war zu klein. Da wünsch' wieder geht. Wir sind die Fußballspieler von Dresden an der Elbe. Wir tragen schwarze Hosen und unser Dresd ist gelb. Wenn wir es mal gewinnen, da ist die Freude groß. Da gehen wir in ein Wirtshaus und versaufen's große Lust. Und wenn wir schmal verlieren, da ist es nicht so schlimm. Da ist nur fest trainieren, da werden wir schon wieder gewinnen. Wir Sachsen, sie sind helle, das wissen die Leid. Und wer's uns nicht lohnt will, der wird im Verbleib. und wir sind dieTE Leid.